Hallo und Herzlich Willkommen zu Vampyr Dawn, ja, oder wie man es eigentlich richtig ausspricht, Vampire's Dawn, Rain of Blood, ist ein Rollenspiel, es geht hier um Vampire, wie unschwer zu erkennen ist, naja, aber keine großen Worte, wir starten einfach mal. Und drüber springen, ja, nein, ja, ich glaube nicht, nein, heute nicht. Mein Enkel, du bist nun, ah, nun bist du schon 15 Jahre alt. Ach Opa, nun werde nicht wieder senil. Psst, es wird Zeit, dass ich dir eine wichtige Geschichte erzähle. Opa, ich brauche keine Gute-Nacht-Geschichte mehr zum Einschlafen. Aber das wird mit Sicherheit keine Gute-Nacht-Geschichte, eher eine böse Nacht-Geschichte. Ach Opa, ich fürchte mich doch schon lange nicht mehr vor deinen Geschichten. Das werden wir ja sehen. Wie soll ich dir denn die Geschichte erzählen, so wie jetzt? Oder lieber so mit Blutschrift? Oder einfach ganz normal? Was ist dir am liebsten? Ja, wir. Mit Blutrand, aber ganz normaler Schrift, weil Blutschrift, weiß ich nicht, sieht irgendwie nicht gut aus. Aber ein bisschen Blut muss ja immer dabei sein. So, wie du möchtest. Und soll der Held sich etwas beeilen oder soll er sich ganz normal bewegen? Ja, lieber schnell. Sag, was weißt du über Vampire? Vampire? Vielleicht wird die Geschichte ja doch nicht so langweilig. Nun ja. Also, sie hassen Knoblauch, sterben in der Sonne und verabscheinen Kirchen und Kruzifixe. Dann werden sie durch Wasser verletzt. Regen ist somit sehr schmerzhaft für sie. Sie sind nicht in der Lage, fließende Gewässer zu überqueren. Und sie können ein Gebäude nur auf Einladung betreten. Hm, wo hast du dieses Wissen? Naja, ein bisschen hat Papa mir erzählt und ansonsten habe ich mein Buch darüber gelesen. Hm, ich habe es geahnt. Ich erzähle dir jetzt die Wahrheit über Vampire. Das, was du mir gerade aufgezählt hast, trifft nur auf die vierte und die darauffolgende Generation von Vampiren zu. Sie sind schwach und verletzlich, aber trotzdem eine Gefahr. Jetzt hör mir gut zu. Vampire sind Untote. Doch wie die erste Generation von Vampiren entstanden ist, weiß niemand. Hat ein Vampir der ersten Generation einen Mensch zu einem Vampir gemacht, so ist der neue Vampir ein Vampir der zweiten Generation und schwächer als ein Schöpfer. Folglich sind spätere Generationen immer schwächer als ihre Schöpfer. Durch Untote sterben nicht wie normale Menschen. Ach doch, Untote sterben nicht wie normale Menschen. Vampire späterer Generationen sind leicht, mit Weihwasser gut zu fixen und sonnlich zu töten. Doch Vampire der ersten beiden Generationen erleiden dadurch keinerlei Schaden. Um einen solchen Vampir zu töten, musst du einen Pfahl durch sein Herz stechen. Das wird ihn lähmen. Dann schlägst du ihm den Kopf ab und füllst seinen Mund mit Knoblauch. Opa, das ist ja widerlich. Ja, doch wenn du es nicht tust, wird er wieder aufstehen. Und übrigens müssen Vampire nicht unbedingt in einem Sarg schlafen. Sie tun es nur, weil sie sich in einem Sarg schneller von Wunden regenerieren. Vampire gab es bis vor 400 Jahren reichlich. Sie töteten viele Menschen und machten sie zu ihresgleichen. Wir haben es einem mutigen Priester zu verdanken, dass Vampire heute ausgerottet sind. Er scharrte viele tapfere Männer um sich und führte einen heiligen Kreuzzug gegen die Brut des Bösen. Der Kreuzzug dauerte viele Jahre, doch er war erfolgreich. Vampire waren von der Erde verschwunden. Zumindest dachte man das. Doch ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, wie ich sie in meiner Kindheit gehört habe. Ob du es glaubst oder nicht, Vampire haben immer noch Gefühle. Doch ein Vampir, der weint, weint nur Tränen aus reinem Blut. Viel öfter spürt ein Vampir Hass und Zorn. Opa, erzählst du die Geschichte? Na schön, du ungeduldiger Fratz. Es ist eine Geschichte voller Gefühle, Liebe, Hass, Eifersucht. Es war eine Zeit der Finsternis. Doch Helden kamen. Und das Blutrot des Himmels. Wurde ein helles Blau. Das Böse starb. Auf alle Ewigkeit. Malek's Proudly Presents Vampire's Dawn Ein Spiel von Alexander Koch Hör auf. Lass mich in Ruhe. Nein. Oh. Du wirst es schon verstehen, wenn dein Blut zäh und schleimig durch deine Adern fließt. Und du wirst sehen, dass du nicht anders handeln wirst als ich. Niemals. Was du tun wirst, ist Blasphemie der menschlichen Existenz. Haha. Hör doch, wie lächerlich du klingst. Blasphemie. Du abhärmlicher Mensch. Spüre den Geschmack der Unsterblichkeit. Nein. Was hast du getan? Stopp. Lass mich. Nein. Ah. Walna. Walna, geht es dir gut? Ich hatte wieder diesen Traum. Wieder derselbe Traum? Walna, ich mache mir Sorgen um dich. Nun träumst du schon jede Nacht diesen Traum. Und das seit vier Wochen. So kann es nicht weitergehen. Du hast recht. Wenn nicht bald etwas passiert, breche ich noch zusammen. Erst beruhige dich erst einmal. Denk immer daran, dass ich dich liebe, Walna. Ich liebe dich auch, Aisha. Walna und Aisha Darnos. Aisha ist die langjährige Freundin von Walna. Sie lernte ihn während eines Festes in Klinar kennen. Seit vier Jahren leben sie nun gemeinsam in dieser Stadt. Sie ist eine hübsche junge Dame. Allerdings ist sie ziemlich abweisend anderen gegenüber. In der Zeit schien sie etwas zu bedrücken, doch Walna konnte nie herausfinden, was sie beschäftigt. Walna ist ein junger Kämpfer aus Elim, einer Stadt nördlich von Klinar. Als seine Eltern versterben, war Walna bereits alt genug, um sich selbst zu versorgen. Er kämpft mit großer Leidenschaft, doch seit er diesen Traum das erste Mal vor vier Wochen hatte, wurde er immer nervöser und zerbrechlicher. Er leidet stark unter diesem wiederkehrenden Albtraum. Doch erhält er Mut und Geborgenheit durch seine Freundin Aisha, die ihn immer wieder versucht aufzumuntern. Geht es dir einigermaßen gut? Naja, ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Mein armer Liebling, wenn ich doch bloß etwas für dich tun könnte. Ich nehme lieber meine Rüstung an mich. Wer weiß, ob ich auf die betreffe. Du nimmst deine Lederrüstung. So, und das Schwert nehmen wir auch mit. Jawohl. Müssen wir uns noch ausrüsten. Ja, müssen wir. So. Aisha, ich gehe mal zu Dr. Jan und lasse mir ein Schmerzmittel geben. In diesem Regen? Pass auf, dass du dir keine Lungenentzündung holst. Ich weiß, deine Versorge zu schätzen, aber ich werde mich beeilen. Wenn deine Schmerzen wirklich so stark sind, solltest du dich vielleicht mal untersuchen lassen. Ja, doch, aber im Moment reicht mir erst einmal etwas gegen diese Schmerzen. Ich bin nicht lange weg. Höchstens ein paar Minuten. Schon gut. Dr. Jan wohnt ja nur etwas nördlich von hier. Bis gleich. Tja. Lena, was für ein Mistwetter. So, ab's Dr. Jan. Schleichwege. Oh, ich... Na gut, das brauchen wir jetzt eigentlich nur damit machen. Es ist das Haus von Dr. Jan. Jan, Jan, ach ja, Jan, Jan, Dark. Walna, komm rein. Walna, was gibt es denn um diese Zeit so dringend ist? Ich habe extreme Kopfschmerzen. Ah, bist du etwa krank? Naja, ich gebe dir ein starkes Schmerzmittel. Aber morgen kommst du mir bitte nochmal. Morgen... Aber morgen kommst du bitte nochmal zu mir. Ich werde dich da mal gründlich untersuchen. Ah, vielleicht ist das das Beste. Das sollte helfen. Du behältst ein Schmerzmittel. Danke, Doktor. Ich komme dann morgen wieder. Na dann, bis morgen. Jetzt wieder ab nach Hause. Ich sollte nach Hause gehen. Jo, dann gehen wir mal. Da bist... Da bist du ja wieder. Da bist du ja wieder. Was hat sie gesagt? Sie hat mir erst einmal ein Schmerzmittel gegeben. Und sie meinte noch, sie möchte mich morgen mal gründlich untersuchen. Das ist sicher eine gute Idee. Vielleicht bist du ja ernsthaft krank. Na, mach dir bitte nicht zu viel Sorgen. Ich habe nur schlimme Kopfschmerzen. Aber mit dem Kopf... Mit dem Schmerzmittel geht es mir hoffentlich bald wieder besser. Das hoffe ich für dich, mein armer Schatz. Ich werde erst das Mittel leben und mich wieder hinlegen. Du solltest auch etwas schlafen. Warum bist du eigentlich noch die ganze Zeit wach gewesen? Ich habe noch etwas gegessen und ein bisschen nachgedacht. Na schön, aber bitte komm auch bald ins Bett. Keine Sorge, ich liebe dich. Ich dich auch. Schlaf gut, mein Schatz. Oh mein Gott, was ist da los? Was ist da los? Mein Vorschreiten. Irgendein Tüppler. Oh oh. Aisha. Aisha. Oh nein, was ist geschehen? Dieses verdammte Schmerzmittel hat mich müde gemacht. Aisha. Aisha, wo bist du? Blut. Verdammt, was ist nun passiert? Sie muss noch in der Nähe sein. Eine lange Blutspur. Noch mehr Blut. Vielleicht kann ich der Spur folgen. Aber ich muss mich ein. Das Blut ist durch den Regenberg geschwemmt. Aisha. Es scheint, als wäre Aisha raus aus der Stadt gezerrt worden. Aisha, halte aus. Ich rette dich. Ganz schön neblich hier draußen. Noch mehr Blut. Was ist ein Tag ohne die Nacht? Verdammt, was ist hier nur los? Was ist das Leben ohne Tod? Verdammt, hier hat die Spur auf. Merkwürdig. Hier unter den Steinen fließt ebenfalls Blut. Es muss einen geheimen Eingang geben. Aisha, du Schwein, lass sie los. Oh, du dummer Mensch. Kannst du es denn nicht sehen? Sie ist tot. Was du siehst, ist nur noch eine blutleere Hülle. Siehst du ihre Augen? Matt und ausdruckslos. Du Mörder, lass sie los. Ich werde dich dafür hinrichten. Du verstehst gar nichts. Sie ist schon vor langer Zeit gestorben. Lügner, du hast sie umgebracht. Ich werde sie rächen mit deinem Blut. Unnütz, noch weiter mit dir zu diskutieren. Ich werde sie jetzt für alle Zeiten vernichten. Du Schwein. Nein. Au. Frotte in der Hölle, Molana. Molana? Nein. Nur zu dir, du Wurm. Oh, Aisha. Wer bist du überhaupt? Anscheinend kannst du Molana ja ziemlich gut. Immerhin bist du uns dummerweise bis hierher gefolgt. Verdammte Schwein, ich war ihr Freund und du hast sie umgebracht. Das wirst du büßen. Warum sind nur alle Menschen so entsetzlich dumm? Ich habe dir großes Leid erspart und du dankst mir nicht einmal. Was? Du hast mir Leid erspart? Na warte, du Monster. Irgendwann wirst du verstehen. Irgendwann wirst du verstehen. Und er ist einfach zusammengebrochen? Ja. Molana hatte keine Chance gegen den Fremden, dessen Macht einfach zu groß war. Ein einziger Schlag von ihm hatte genügt, um Molana das Bewusstsein zu rauben. Und warum hat er praktisch nicht einfach getötet? Hm, das ist eine gute Frage. Doch die Antwort bekommst du erst später in der Geschichte. Noch ein Rätsel ist, warum Abraxas Walnas Freundin Aisha Molana genannt hat. Ich wette, sie war gar kein Mensch. Wie kommst du denn darauf? Na das ist doch klar, kein Mensch könnte so viel Blut verlieren. Selbst große Menschen haben höchstens 8 Meter Blut in sich. Und was Aisha bzw. Molana in den Kleena verloren hat, dürfen wohl weit mehr Liter gewesen sein. Haha, was bist du doch für ein Schlauer. Nun ja, doch, was war sie? Ich tippe auf ein Vampir. Könnte durchaus sein. Und was war Abraxas? Auch ein Vampir? Hm, und warum sollte ein Vampir einen anderen Vampir töten, obwohl es sowieso schon so wenige Vampire auf der Welt gibt? Hm, keine Ahnung, erzähl weiter. Gut, also war er in der Warnung bewusst, dass seine Freundin erstoch. Von einem anderen Ort, ein Jahr früher, geschah ebenfalls ein sehr wichtiges Ereignis. Ein Vampir namens Asghar. Alleen, geliebte Alleen, wie lange kenne ich dich schon? Fünf kurze Jahre und ich liebe dich mehr als je zuvor. Nun komme ich schon in diesen Kerker, fünf Jahre lang regelmäßig um dich zu bewundern. Und nie hast du je mit mir geredet. Doch ich weiß, dass du trotzdem so empfindest wie ich. Wenn es doch nur ein Heilmittel für dich gäbe. Durch dich gewinnt das menschliche in mir Kraft. Verhindert, dass das Tier in mir die Kontrolle über mich gewinnt. Deine Liebe macht mich stark. Oh Gott, ich will hier raus. Hast du das gesagt? Edelnde Stinken, der Mensch. Die Woche kommt. Ich komme später wieder, mein Schatz. So, ihr dreckigen Irren. Heute gibt es als Besonderheit mal kein Essen. Und wer hier macht irgendeinen Lärm, dann gibt's was mit der Peitsche. Irgendwann wird diese Wache dafür bezahlen. Aber jetzt noch nicht. Alene ist eine sehr junge und hübsche Dame. Und doch meint es das Schicksal schlecht mit ihr. Man fand sie eines Tages bewusstlos in einer Stadt. Niemand wusste, wer sie war oder woher sie kam. Keiner kannte ihren Namen. Die Menschen sahen nur ihren hilflosen Körper an den Stadtrand. Ein Arzt holte sie in sein Haus und fing an, sie zu pflegen. Doch es half nichts. Ein Leben blieb weiterhin ohne Bewusstsein. Die Leute begannen von einer Krankheit zu reden, die bald alle Beruhende anstecken würde. Kurze Zeit später erwachte sie urplötzlich auf ihrem Koma. Doch sie konnte sich an nichts erinnern. Sie waren eigentlich nicht der Meinung, klar zu denken. Das Sprechen blieb ihr völlig versagt. Die Bürger der Stadt waren ebenso ratlos wie der Arzt. Ihre Unfähigkeit, klar zu denken und zu reden, bestärkte die Bürger nur in ihrem Glauben, dass es sich um eine Krankheit handeln müsste. So kam es, dass Alene aus dieser Stadt verbannt wurde. Sie wurde nach Shana gebracht, wo sie nun im Irrenhaus ihr Dasein fristet. Zusammen mit anderen angeblich kranken Menschen, deren Symptome ebenso unerklärlich sind. Einzig und allein eine Kette mit ihrem Namen hält sie davon ab, zu glauben, dass sie nicht mehr existiert oder nie existiert hat. Asuka ist ein Vampir, geboren vor 400 Jahren, in einer Zeit, als Vampire das Land überfluteten. Seine Eltern wurden von Vampiren getötet und derselbe wurde von einem gebissen, sodass er nun als Untoter verflucht durch das Land streift. An seinem ersten Tag als Vampir schwor er, seine Schiffe zu vernichten. Doch er musste diesen Kampf verschieben, da in diesem Jahrzehnt der große Kreuzzug gegen die Vampire begann. Dieser Kreuzzug stammt unter der Kontrolle des Priesters Vincent Weynard. Fast alle Vampire wurden vernichtet und die wenigen, die diesen Kreuzzug überlebten, verbrachten ihr weiteres Leben im Geheimen, vor Angst eines neuen Massakers. Doch die Zeit verran und Vincent Weynard wurde älter und starb. Asuka sah also seine Zeit gekommen und suchte seinen Schöpfer, um ihn zu vernichten und damit seine Seele zu rächen. Doch bisher blieb seine Suche erfolglos. Er unterbrach sie, um eine feste Unterkunft für sich zu suchen. Er kam zu einem bewohnten Schloss auf der Spitze eines Berges. Nachdem er die bisherigen Bewohner getötet und versklavt hat, erkundete er die Umgebung des Schlosses. Eines Tages kam er nach Shana, wo er alleine traf. Sie ist unheilbar krank, kann nicht sprechen und sie ist häufig von unkontrollierbaren Kämpfen geplagt. Überwältigt von ihrer Schönheit, wuchs der letzte Funke Menschlichkeit in ihn und er verliebte sich ungewöhnlicherweise in sie. Seitdem besuchte er sie regelmäßig in ihrem Gefängnis und suchte ein Heilmittel für ihre Krankheit. Asuka bekam bei seiner Geburt als Vampir eine dunkle Gabe, sich in einen Schatten zu verwandeln, was ihn für alle Lebewesen unsichtbar macht. Auch ist er als Schatten in der Lage, durch Gegenstände, die ihn durchzugehen, wodurch er überall hingelangt. Ich denke, einige von euch kennen das wie sogar, dass hier im Hintergrund läuft. Wir kommen im Haus des Bürgermeisters, der Bürgermeister befindet sich im ersten Stock. Ist er gerade beschäftigt? Nein, aber sie brauchen eine Anmeldung. Anmeldung? Ha, ich muss ihn aber sofort sehen. Na schön, dann gehen sie halt zu ihm hoch. Hm, das war ja leicht. Ihr schon wieder? Ja, Bürgermeister, schon wieder ich. Hört zu, ich habe nicht vor, die Irren aus dem Gefängnis zu entlassen. Und euer Herzensdarm ist eindeutig geistig gestört. Sie redet mit niemandem, hat ständig starke Krämpfe und sieht auch sonst nicht sehr gesund aus. Ihr redet nicht so von Aline. Hört zu, Bürgermeister, ich verliere langsam meine Geduld. Ich bin nun zum dritten Mal bei Ihnen, das letzte Mal vor einem halben Jahr. Und ihr scheint immer noch nicht klüger geworden zu sein. Bisher habe ich dich und dein Dorf verschont, weil ich dachte, du widerwärtiger, fetter Sack. Ihr müsst bald Vernunft an und lässt sie gehen. Normalerweise lasse ich euch Menschen ja so gut wie es geht in Ruhe. Doch anscheinend habt ihr keine Ahnung, was sie mit eurem Verhalten provoziert. Bürgermeister, lasst alle hingehen. Alle anderen darin kümmern mich nicht. Nein, sie ist vielleicht krank und wird ihre Krankheit überall verteilen. Ich kann nicht das Leben dieser ehrbaren Bürgermeister meines Dorfes riskieren. Nun gut, Bürgermeister, ihr habt es so gewollt. Ich werde gehen. Doch ich warne euch vor dem Unglück, das ihr darauf beschworen habt. Na schön, er will es ja nicht anders. Ich werde jetzt zu meiner Burg zurückfliegen. Und nachdem ich wieder Kräfte gesammelt habe, werde ich meinen Durst an ihm stellen. Und nicht nur an ihm, auch an allen anderen im Dorf. Morgen werdet ihr alle sterben. Ich werde mich jetzt in meiner Kruft schlafen legen. Meister, ihr seid zurück. Wie du sehen kannst, ja. Meister, ich habe eure Lieblingsbücher in das Regal dort hinten gelegt. Ihr vergesst ständig sie zurückzulegen, nachdem ihr daran gelesen habt. Schon gut, Runak. Und nun richte schon mal meinen Sarg her. Ich werde etwas schlafen. Wie ihr befehlt, Meister. Ich werde mich beeilen. Äh, Meister. Was ist? Wo war noch mal eure Kruft, Meister? Du nichts nutzt, du Worm. Meister, bitte. Habt Mitleid. Nicht schon wieder schlagen. Schon gut. Aber wie oft habe ich dir den Weg dort denn schon erklärt? Also, du gehst nach rechts, dann die Treppe runter, dann links, dann wieder eine Treppe runter. Danach gehst du nach draußen und gehst in das innere Gebäude dieses Schlosses. Dann gehst du geradeaus direkt in meine Kruft. Jawohl, Meister, ich heile. Meister, ich habe es schon wieder vergessen. Ach, vergiss es. Mach lieber etwas sauber. Sollte mir lieber mal das Regal anschauen. Wer weiß, was er dort eingestellt hat. Gut, dann schauen wir uns das Regal an. Hier sind einige meiner Lieblingsbücher. Dunkle Schatten. SOM. So wie mein Tagebuch, das ich schon lange nicht mehr verwendet habe. Hm, hier steht normalerweise noch das Passwort für den eigenen meiner Kruft. Das Feuer fickt über mein Leben. Na gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Oh ja, wie ihr seht. So, ein bisschen Skelette, die das Schloss bewachen. Ja, warum nicht? Ich meine... Nette Sklaven sind es. Ja, und sie fressen den wenigsten Zweck. Brauchen wir jetzt keine Verpflegung. Komm, komm her. Komm her. Komm her, du kleine Ratte. So. Fertig. Gut, hier ist der eigentlich zu meiner Kruft. Ah, und der Passwort mich nicht so funktioniert sogar noch. So. D... F... 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 M... L. Und jetzt ruhe ich mich etwas für das Massacermod. Endlich wieder hier. Jetzt schlafe ich erst einmal. Hm, ob es wirklich so geil ist, in so einem Sack zu schlafen. Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. Und wir kommen zu einem Speicherstand. Das heißt, ich werde diese Aufnahme unterbrechen. Und ich danke schon mal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Adieu. Adieu.